Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiser-Pinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Meins um mehr als Geld geht. Sparkasse. Das Löwen-Festival 2024 ist nun Geschichte und darüber will ich heute über den Veranstalter und Initiator Maximilian Süß reden. Max, nach einjähriger Zwangspause, das Löwen-Festival mit seinem Comeback im Jahre 2024, wie fällt dein erstes Fazit aus? Ja, das erste Fazit ist natürlich super, weil wir fünf Veranstaltungen hatten, wo schönes Wetter war und eine mit Kaschem. Ich will es Ihnen jetzt nicht unbedingt auf die Fahne schreiben, aber Gesetz der Serie, also irgendwie haben wir da immer Pech mit Kaschem. Aber wir haben fünfmal schönes Wetter gehabt. Wir haben fünfmal nette, begeisterte Zuschauer auf dem Platz gehabt. Und ja, war einfach von vorne bis hinten. Ohne größere Vorkommnisse alles über die Bühne gebracht und damit ist das erste Fazit schon mal ganz gut. Für dich war es ja auch vorher eine Überlegung, ob du es überhaupt wieder machst. Wenn du jetzt im Nachhinein darüber nachdenkst, du hast gerade ein positives Fazit jetzt gezogen, lohnen sich die Mühen? Weil ich glaube, viele Remscher da wissen, es zu schätzen, dass du dir die Mühe machst, die Bands auszusuchen, sechs Wochen in den Sommerferien, Donnerstagabends eine Veranstaltung zu organisieren und dann auch diese Atmosphäre auf dem Rathausbad zu schaffen. Ja, wir haben natürlich die sechs Veranstaltungen geplant als Umsonst-und-Draußen-Festival. Wir haben den Festivalbecher, der ein wichtiger Punkt der Finanzierung ist. An dieser Stelle auch schon mal ein herzliches Dank an alle da draußen, die sich in diesem Jahr mit einem Festivalbecher bei uns eingedeckt haben und damit wirklich einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind von der Planung her immer noch so von vor Corona so ein bisschen ausgegangen. Da war der Platz für diejenigen, die die Zeit auch noch kennen, wesentlich besser gefüllt. Da kam man kaum durch. Jetzt im Moment, würde ich sagen, fehlen uns da zu diesen Zahlen noch ein paar mehr Gäste. Und ich sage mal, wir haben damals das Festival von 2014 an ja jedes Jahr weiterentwickelt. Wir haben immer mehr Technik aufgebaut. Die Bühne ist immer weiter gewachsen. Wir haben hinterher dann die Headliner auch gehabt, die dann beim ersten Konzert immer noch mal ein besonderes Konzert gegeben haben. In diesem Jahr ja auch wieder mit dem Opener vom Kreativpreis, vom Newcomer Festival der Sparkasse. Und da sind ganz viele Sachen halt über die Jahre gewachsen. Und damit haben wir eine gewisse Größe erreicht. Ich denke, wir haben dieses Jahr auch wieder eine super Reichweite gehabt. Wir haben super Feedback bekommen, auch nicht nur von Leuten aus Remscheid, sondern wir ziehen ja auch Leute aus dem Umfeld an. Das war alles richtig, richtig gut. Allerdings bringt die Größe der Veranstaltung, so wie sie halt gewachsen ist, auch einen gewissen Kostenapparat mit sich. Und da wird man dann schon mal schauen müssen, ob das in der Zukunft noch so zu stemmen ist. Also wir werden sicherlich jetzt mal gucken müssen, kriegen wir noch ein paar Leute dabei, die uns finanziell unterstützen möchten in der Form von einem Sponsoring. Da hat sich ja dieses Jahr schon einiges getan. Auch mit der Stadt Remscheid haben wir da organisatorisch einiges nach vorne gebracht. Und das war also in diesem Jahr alles sehr positiv. Da kann man eigentlich auch nichts Negatives zu sagen. Allerdings sind dann so ein paar andere Absprachen gewesen, wo es dann ein bisschen schwieriger war. Und da muss man jetzt einfach mal auch nochmal abwarten, ein kleines Resümee ziehen im Anschluss. Und dann werden wir sehen, wie wir da im nächsten Jahr verfahren werden. Du hast gerade das Thema Becher angesprochen. Ich hatte das eine oder andere interessante Gespräch zu dem Thema, wo der eine oder andere auch gesagt hat, der Max nimmt sechs Euro für den Becher, ein Euro pro Abend, wenn man an so sechs Abenden kommt. Ich wäre auch bereit, dazu ein bisschen mehr zu zahlen. Das habe ich gehört von dem einen oder anderen. Ich schätze, du hast auch das eine oder andere Gegenteile gehört. Wie waren dieses Jahr die Diskussionen, war es wieder typisch, wie du ja jedes Jahr dann immer hast, das Thema Becher und Preis? Ja, die Becher sind natürlich für viele Leute, sagen wir mal, akzeptiert. Deswegen, viele kommen einfach und sagen, Mensch, super. Viele sagen auch uns, Mensch, den Becher kaufe ich mir gerne. Und manche sagen, ich kaufe mir auch zwei, drei Becher pro Saison, einfach um das Ganze zu unterstützen. Das finde ich natürlich super und da freuen wir uns alle sehr. Allerdings haben wir natürlich auch wieder ein paar wenige, die dann eben anfangen und diskutieren und sagen, sechs Euro für so einen Becher bezahlen, ist ja jetzt irgendwie doch viel Geld. Wenn man das so umrechnet pro Veranstaltung in Euro Beteiligung, dafür ist es umsonst und draußen. Jeder kann reinkommen, wir nehmen halt keinen Eintritt. Ja, da ist natürlich schon so eine gewisse Mentalität im Raum. Ich glaube, zehn Euro pro Becher wäre schön, würde uns auch sehr helfen, den Kostenapparat zu stemmen. Denn es ist sicherlich davon auszugehen, dass der in den nächsten Jahren nicht kleiner werden wird, sondern eher noch größer. Und ja, aber da ist, glaube ich, die Akzeptanz dann auch nicht mehr so. Wir tun uns auch immer schwer. Ich bin auch selber immer am gucken, wie kriegen wir die Preise gestemmt. Wir sind ja dieses Jahr bei drei Euro geblieben pro Chip. Dafür haben wir die Bechergröße ja auch ein bisschen geändert, nur auf 0,25. Aber ja, das ist, glaube ich, immer noch ein fairer Preis. Und ja, wenn wir da jetzt die Becher noch teurer machen würden, glaube ich, dann würde die Akzeptanz dafür gegebenenfalls auch sinken. Aber wie gesagt, wir müssen einfach gucken für die kommende Saison, wie wir da uns aufstellen. Ja, schwieriges Thema und kommen wir uns noch aufstellen. Darauf kommen wir gleich noch. Aber was waren so deine Highlights dieses Jahr persönlich? Ja, ich bin ja immer in der glücklichen Lage, das Line-Up dann auch im Vorfeld schon zu kennen und auch mitzubestimmen. Und ich würde da jetzt so gar nichts Besonderes rausnehmen. Von der Stimmung her fand ich mal wieder Kaschem super. Die sind ja immer ein Garant für tolle Musik, tolle Stimmung auf dem Platz. Das, gerade deshalb, weil wir da ja am Anfang einen wirklich schlimmen Regen hatten. Also wir haben im Regen getanzt. Ich habe ja auch auf der Bühne schon gesagt, spaßeshalber, wir machen dann nächstes Jahr direkt Regen-Ponchos mit dem Kaschem-Logo drauf. Aber dann hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Die Leute waren da, die haben gefeiert. Und als es dann aufgehört hat zu regnen, dann war der Platz trotzdem noch voll. Das fand ich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die Stimmung super. Und die Stimmung war bei allen Konzerten richtig gut. Das Feedback für das Line-Up dieses Jahr war durch die Bank weg sehr positiv. Wir haben für jeden was dabei gehabt, denke ich mal. Und ja, Bob M.B. ist natürlich für mich als alter Rock'n'Roller so ein bisschen ein persönliches musikalisches Highlight gewesen, weil die Jungs sind einfach super nett und haben auch richtig abgeliefert. Das Finale mit Bandox und Bad Stash war natürlich auch super. Das war ja ein richtig schönes Metal-Finale. Ja, aber auch Tante Silke aus der Nachbarstadt hat abgeliefert The Tasted Strum Out. Mal wieder ein ganz anderes Line-Up. Waren alles tolle Veranstaltungen mit tollen Musikern und vor allem toller Musik. Das Kaschem-Wetter-Thema ist natürlich interessant, weil ich hatte das Thema auch in meinem Interview mit Carina und ihren Jungs. Da heißt es der Tag aller Zeiten 2019 bei über 40 Grad. Dann sonst bei Regen irgendwie. Daniel hat ja auf der Bühne auch gesagt, ich würde gerne mal ein Konzert in Remscheid spielen bei normalem Wetter. Vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft mal hin. Aber die Thematik ist ja auch die Mischung. Wie wichtig ist es für dich dann auch die Mischung zu finden? Kaschem ist was anderes. Das geht in Richtung Kölscher Musik. Du hast gerade gesagt, der letzte Abend war eher so ein bisschen Metal, Hard Rock. Du hast aber auch Rock dabei gehabt, ein bisschen softere Sachen, ältere Sachen auch dabei gehabt. Bei der Mischung Bobbing, B-Whites wieder was ganz, ganz anderes. Wie wichtig ist es für dich, dass du den Remscheidern über diesen sechs Wochen eine Mischung bieten kannst musikalisch? Ja, ich glaube, wenn man sechsmal Schlager oder sechsmal Rock machen würde, da sind ja auch viele Setlists, die sich dann gleichen bei den Bands. Und ich finde es immer schon ganz wichtig, dass man da eine ausgewogene Mischung hat. Das war ja in den letzten Jahren auch schon immer so. Da hatten wir auch viele Bands am Start, die eben auch von ihren Setlists her mal ganz anders aufgestellt waren. Das ist mir bei The Tasted sehr, sehr aufgefallen. Da waren ja auch ein paar Songs dabei, wo die Leute, die die Songs kannten, total abgegangen sind, weil sie gesagt haben, wow, dass man das mal live hört. Und die anderen haben so gesagt, ja, was ist denn das jetzt? So, weil mal eben andere Dinge laufen. Das hatten wir in den Jahren davor auch. Da hatten wir ja zum Beispiel so Bands wie Hardcover dabei, die auch mal wieder ganz andere Sachen spielen, die man normalerweise eben nicht hört. Mal nicht den Summer of 69, so, um das einfach mal als Beispiel mit reinzuwerfen. Aber ja, die Mischung macht es natürlich. Natürlich, dass sich jeder auch mal wiederfindet. Für mich ist die Musik auf dem Löwenfestival ein wichtiger Teil. Aber ich sage mal, der zweite wichtige Teil ist ja eben, dass wir donnerstags da einen Treffpunkt schaffen, wo die Leute einfach wissen, da ist ein fester Termin. Und direkt beim ersten Löwenfestival ist mir total positiv aufgefallen, wie viele da einfach quatschend zusammengestanden haben, sich Leute getroffen haben. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, ach ja, da bist du ja wieder, wir haben uns lange nicht gesehen. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil, ganz unabhängig von der Musik, dass wir einfach mit dem Löwenfestival einen Treffpunkt schaffen auf dem Rathausplatz, wo man donnerstags abends 19 Uhr einfach hingeht. Und man weiß, man trifft Leute, da kann man eigentlich auch alleine hingehen, weil man ist den abends über sicherlich nicht alleine. Und man trifft vor allem auch Leute, die man vielleicht länger nicht gesehen hat. Und das ist halt so eine gute Mischung, finde ich. Für die Leute, die Musik hören wollen, die gehen nach vorne, da haben wir einen super Sound, da kann man richtig Stimmung machen. Und die Leute, die einfach mehr nur ein Bierchen trinken wollen und sich unterhalten wollen, die bleiben hinten am Bierwagen stehen. Und für mich sind da beide Aspekte super wichtig und ich finde es super toll, dass das in diesem Jahr auch wieder so geklappt hat. Nach dem Festival, das Formenfestival, abschließende Frage, 2025 wird es das Löwenfestival unter deiner Leitung geben? Ja, wir werden jetzt in die Planung einsteigen natürlich und dann werden wir mal wieder ein paar organisatorische Gespräche führen. Du hast eben gesagt, 2023 war eine Zwangspause. Das trifft ja den Nagel auch nicht unbedingt auf den Kopf. Wir hätten veranstalten können, allerdings waren die Gespräche, die wir da geführt haben, nicht so zielführend, dass wir gesagt haben, da können wir auch gut gelaunt an die Planung gehen. Und da werden wir jetzt mal die Gespräche suchen, um zu gucken, ob wir da dieses Jahr wieder so einen Konsens finden, dass wir sagen können, jawohl, das klappt. Wie gesagt, die Gespräche mit der Stadt waren in diesem Jahr richtig, richtig gut. Da hat sich einiges bewegt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit gehabt. Das war ganz fantastisch. Da würde ich sagen, da ist jetzt alles so auf der Schiene. Mit dem Drumherum müssen wir noch ein bisschen gucken. Und ja, 2025 werden wir sehen. Dann danke ich dir für dieses Interview. Also das unser Rückblick auf das Löwenfestival 2024. Und wenn ich das Lächeln bei Max sehe, hoffe ich doch mal, dass es 2025 auch ein Löwenfestival geben wird. Darf ich noch eine Sache sagen? Das wollte ich gerade noch einbringen. Also wer Lust hat, sich und sein Unternehmen oder was auch immer beim Löwenfestival zu präsentieren, so als Sponsor, der kann sich gerne nochmal melden bei uns jetzt. Also nochmal ein Aufruf von Max. Wenn Sie, wenn ihr das Löwenfestival unterstützen wollt, einfach bei ihm melden.